Hallo ihr Lieben, es gibt Neuigkeiten. Wir erweitern unseren Service für euch und zwar starten wir mit spontanen Events. Das heißt, wir machen für euch eine Veranstaltung mit verlängerten Öffnungszeiten, zum Beispiel sonnerstags bis 20 Uhr und laden euch dafür kurzfristig ein. Und wegen dieser Kurzfristigkeit geht das leider nur per WhatsApp. Also schickt uns eine Nachricht, wenn ihr dabei sein wollt. Hier ist unsere Telefonnummer und wir freuen uns auf euch.